jetzt meine ich nicht das weiß ich weil ich das gerade eben durch den gesetzten gut ihr wisst also nichts wird aber damit herzlich willkommen zu und als mir vor seiner Aufnahme an ja und hab ich ja moin aber jetzt sagen ganz große Frage hast du zu diesem Zeitpunkt der Veröffentlichung Schon 200 Abos. Das ist eine sehr gute Frage. Ich schätze aber leider nein. Meinst du nicht? Um ehrlich zu sein, habe ich seit ein paar Tagen schon gar nicht mehr geguckt. Weil ich mega im Stress war. Und dann, warte ich, ich guck mal eben auf Krampf noch. 5 Sekunden geht's los. Erstmal nachgucken. Ey, Insta macht jetzt nicht miesen. Wir drei Leute haben ein selbes Spotteam. Was fällt für Leute? Ja, so muss das. So muss das. Oh ja, danke mate. Ähm. Ich habe jetzt noch 157 Abonnenten. Okay. Ich glaube nicht, dass ich die 200 bis dahin erreicht habe. Oder dass ich die 200 erreicht habe. Okay, um nach B sag's. Ähm, musst du wissen. Richtig krass nach B sagst du. Ich muss da aus. Äh, ja. Oh, das sind drei Leute eventuell bei B. Beziehungsweise mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Ne, jetzt weiß ich. Hä? Einer war gerade bei A noch. Echt? Da ist schon mal der Jet. Da ist schon mal der Hacker. Da ist der Sofa. Und da war meine leere Muni. Ach, kommen! Beide habe ich genau seitens 20 gedrückt. An dem Gleit in der Brustgegend. Nice. Niko macht das jetzt. Niko ist krass. Zeig, oder? Niko ist... Warte mal, ich habe den Jetfall nicht mal getroffen. BTF, also das muss jetzt mal direkt ausgeblendet werden. Das darfst du ja keinem zeigen, Alter. Ja, dann klip auf so ein Smiley vor. Ja, das mache ich auch. Boah. Der wurde anders aus der Luft gefetzt. Aber wo war der Bremi? Ach, Leute, ist da hinten immer noch bei A. Ah. Pistelrunde. Na gut, ich hole mir jetzt wenigstens die, äh, die Frenzy, die ist so richtig abgeframed, weißt du? Ja, da habe ich dabei. Ich will die auch mal ausprobieren, obwohl ich gesagt habe, ich will die nie spielen. Ja, eigene Regeln berechnen sind richtige Regeln. So. Okay. Drei, zwei, eins. Jupp, ich bin mal direkt vor Stun. Glösschen gehen raus. Ja, komm, drei Leute schon wieder rotzendern, wieder richtig rein. Nee, es wird's, wird's kommen. Wenn du mich hier jetzt eigentlich hier treffest, dann musst du ihn messen, weißt du schon. Das ist jetzt schon vier, das wird immer belastener, jede Runde. Okay, drei Leute hängen auf dem Linksfotter. Drei. Ja, Kacke, Ecke da ist. Es kann nur ein König sein. Aber kaufen, sagst du? Mhm. Ich habe jetzt die Spectre geholt. Hier ist mal ein bisschen mittiger. Okay, nun kann ich eher aufgucken. Naja. Ich hoffe mal, dass es jetzt besser wird. Fängt doch nicht am Linksfotter rum. Was bist du für ein Neu? Nice. Will ich sie? Nein! Nein! Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Okay, und der Cypher guckt in die andere Richtung, das ist natürlich belastet. Der Cypher ist ganz in seiner Kamera. Nice. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Jet jedes Mal den Jet holt. Rechts von dir ist, glaube ich, einer bei den Seilen. Ja, bei den Seilen rechts von dir. Das ist ein Mitspieler. Echt? Ja. Noi. Ich komme irgendwie auf die Karte, Mann. Nicht ganz klar. Ah, ist okay. Ich sehe jemanden. Ja. Wie wäre das, was ich vermischen 3 mal fangen bin? Die große Fall ist wie hier schon rechts hinten in der Ecke. Denk ich mal. Guinlefon. da jetzt du bist aber der beste spieler der welt warum macht er nur drei ich komme mit oben halt echt gut klar finde ich und okay und ich spiele jetzt nicht mehr so viel schott gab es kann natürlich auch sein okay aber so ich habe jetzt mal kurz das und was kurz das probiert ich hoffe mal das funktioniert ich hoffe man hört das auch direkt ich habe jetzt nämlich mal bei der bei der desktop audiospur in ob es habe ich auch jetzt mal ein kompressor drauf gezogen das war es komplett jetzt 117 oh mami helfe nicht so festes gesicht bitte was machte cypher denn schon wieder ich freue gleich das hat ein cypher an sich deswegen sage ich ja perfekt das wird dann hat man gar keine anforderungen der gegner am boden wo bist du gestorben ja ich weiß ja gar nichts ja du warst einfach für die quote weil sie wiederbeleben nein wo ist der mate hingelaufen was hat er getan warum ist er weggelaufen weil ich sie gar nicht hier ist der kapitel ost auch mal weißt du beim belebten scheiß mail wieder digger bist du oder läuft bei mir digger das ist das wichtigste das ist das war wohl bestimmt die die archie für er hat das können nun kann ich schon wieder melden und es ist und das ist nicht alles vielleicht gut haben dass ich ja auch wenn man sich über das ist in der Ich hab sie. Hm, hab schon. Dass ich es sehen kann. Jo, einer Mitte. Okay, da war ein Nubi vor mir. Okay, zwei. Ich bin zu fett. Nein! Jetzt lass mich hier hoch, Alter. Mann, ich wollte dich grad healen, Alter. Und die wollten mich grad teleporten. Nein! Woll ich doch. Also Sage ist ein Spot. Rechts müsste die sein. Ja. Hey, äh. Richtiger Cypher, richtiger Cypher. Alles klar. Ich stehe jetzt hier defuse, obwohl ich nicht defuse. Scheint defuse. Richtig so. Ich will die nicht. Ist noch nicht. Weil sie Marshall ist. Nimm sie an. Nein, hab sie weggeworfen. Schon lange. Ah ja. Ich will, dass das irgendwann mal klappt hier mit dem Scheiß. Äh. Ich geh jetzt. Spawn bei denen und dann getarrt ab. Äh. Okay. Dann mach's doch. Ja, hat letztens auch nicht geklappt. Ja, das ist natürlich belastend. Ja, das ist so. Nein. Ich will. Nein. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. deiner Steps. Ja. Das sind meine Steps, ja. Ich geh jetzt auf zu steppen. Naja, aber nein. Ja, die bleibt noch. Ejo. Spike platziert. Genau hin. Gegner in den. Gegner war so kacke von mir gerade. Du musst schnell weg. Ja, ich rede dir, ne, ne. Ein Gegner überlassen. Wo ist der? Keine Ahnung, ich habe den Rücken zugedreht. Rechts wahrscheinlich. Easy. Aua, ich habe voll gegen meine Kabel gehauen. Okay, Phantom ist besser für mich. Die kommt da besser auf, ne? Ich habe die Vendell oder Vandal, keine Ahnung, oder was? Naja. Komm mir nicht so gut drauf, glaub ich. Was ist da los? Phantom müssen die mehr machen. Okay, keiner mit. Das ist ja sexy. Halt entstand. Die Schaffung bewegt sich. Wo laufen die denn jetzt? Ah! Du bist beantwortet. Ja. Ja. Nee, du bist richtig gut. Ach, Junge. Mein Gott. Du bist weg, Junge. Ja. Nein. Weiß ich nicht. Sie wusste was von dem Schlauch, ja, aber nicht, weil sie sie geben soll oder rausgehen soll. Ja, wenn man mal nicht weiß, wo der ist, dann bist du wieso. Ja, andere, da kann ich auch nichts dran tun, tut mir leid. Das war's komplett. Der Mage-Spiel finde ich's mit Ton. Puh. pretended ja zu. Das war's auch. Ja. Für mich eher nicht so. Aber egal. Das ist ja wasulsive. Auldeschön. Hillelid, holl dich eh. mann okay auch mal wie kommst du denn so schnell dadurch an dem man kann ja ich war schon wie ob man auch von haupts genommen oh mein gott unsere mädchen scheiße die sind noch weh das gefällt dem kann ich besser aber das war's oh fuck nice unterweg nice noch 30 sekunden uiuiui ich rechne immer halt mit der dummen ecke denn scheiße also das war's jetzt habe ich wieder komplett ja sorry ich hab mir so sorry geschrieben hast du ja ich bin mal sorry wer es nicht schafft weil ich ein guter mate bin aber nicht ein schlechter mate hm was merkt man im salzgut ja wie hoch easy head gut 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 ja gut 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 es haben wir auch noch mal gut mal Ich will mal gucken. Gucken wir jetzt eigentlich gerade. Das freut mich sofort. Nicht nur du. Nice! Guck mal was da liegt! Da! Ah! Hä? Hä? Salz! Seid ihr wieder auf gehabt? Oder braucht ihr wieder Lungen? Weiß ich nicht. Nee, 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 nee. Alles klar. Zwei, elf, zehn, neun. Oh. Eigentlich muss ich pissen. Ah, ja. Geh ich mitnehmen, weißt du? Wenn es zwölf, zwölf Stück geht, geh ich pissen. Ah, ja. Oder besser noch, wenn du der letzte Überlebende bist gegen... ...Five-Stack. Ja. Okay, wieder so. Wie viel Taktik sagst du? Ah ja, okay. Ach komm, du dreckiger Popo-Piratensohn dahinten, alter. Boah! Boah, da hat Nico mich... ...anders... ...nett genug. Ach, Archie, Digga. Ach, Archie, Digga. Na ja, habt ihr gesehen. Hab euch alle gesehen, da. Dich auch. Und dich. Hup! Das war close. Du hast ja fünf Kugeln. Du hast auch fünf Kugeln. Das war sein Scheinbild. Ja, links in der Ecke. Kommt. 156. Weder ne Mutter. Der Mate geht jetzt so down. Noch 30 Sekunden. Wie dumm. Ach, Mann. Ach, Mann, ey. Warum haben wir es nur mit Idioten zu tun? Mal ganz ehrlich? Ja, da hat halt nicht die Info, wie viel ich hingedrückt hab. Das hat ja auch wieder hier, ne? Das hat ja auch wieder hier, ne? Ja, es warst du, ne? Mimimi. So oder so, mit Leuten, mit denen man kommunizieren kann, ist es auf jeden Fall besser. Also mit Randoms. Seit jetzt ist es eine ganz steile These. Haha, ganz wilde Nummer. Ey, ich... Ich hab irgendwie mega das Problem, dass ich mega auf Chromium irgendwie auf meinem PC habe. Ja. Nicht gesund. Okay, gleich zeig ich dir, wir sind so. Ja, ja. Alle A. Ja, alle B. Deine Mutter ist ein Eichhörnchen, das immer zwei dicke Nüsse in den Backen hat. So. Wir haben es gegeben. Da fuß. Mann. Geh, geh. Einer oben, zwei Amt-Dinges. Machst du, ne? Nee, machen wir. Für eine kurze Zeit war ich fein. Töte mich. Okay, zwei auf jeden Fall. Einer plantet, einer plantet, einer plantet. Ja, einer war oben. Nein! Oh mein Gott, oben im Fenster. Echt? Ja. Muss du mir vorher geben, die Info. Ja, ich hab doch gesagt, einer oben rechts in dem Fenster. Nee, oben. Und dann? Also vorne gestand rechts. Hä? Ich hab oben rechts in dem Fenster gesagt und dann, äh, äh, Dingens. Nee, oben im Fenster. Und dann rechts. Kam mir das vor nicht an. Kam mir die. Ja, genau. Ich hab wieder geleckt, oder? Die ist sie halt. Ja. Ich hab's auf Aufnahme. Ich auch. Ja. Doppelfreden. Fürchtet euch. Lauft. Ach, scheiße. Nee, nee. Das wird jetzt angebrannt. Ich mach bestimmt die gleiche Taki, bis ich so saue. Oh, Alter. Zum Glück hab ich geduckt, ey. Der Snapper hätte mir sonst nur die Kugel durch. Ich glaub, ja. Oh, Alter. Ich glaub, ja. Gegner in 6. Gegner in 6. Gegner in 6. Endmate. Ich seh den Spike. Pull dich raus. Gegner in 6. Die Schatten bewegen sich. Ein Gegner übrig. Nice. Wo kann ich mehr mit spielen? Ich geh keinen so easy packen gehen. Ja, nice. Drauvenseits. Nein. Doch. Nein. Ach, das haben schon alle? Och, Mann. Erstens. Ich hatte grad meine Ult. Und zweitens... Mann. Das stück fragt schein' uns an. Soll ich selbst kaufen, der dicke Sohn einer. Das weiß ich nicht. Mir fällt nichts Gutes ein. Fing aber gut an. Möglich wär's? Das gibt's auch nicht. Gutes. nein nein ich hätte messern sollen noch mal die gelegenheit ich hätte bessere mails gebraucht ja die könnte mich retten können er führte jetzt einfach weiter gut ist verloren ja ich habe mir jetzt einfach nur hier die dinge so gut wenn sie go see go see go see go see my friends es beginnt sag mal du färgel du Halt, dann fangst du rauf. Deine Mutter. Puscht man mir entgegen. Für Phoenix war mir da. Wo ist denn der da hin? Ah, da wo du drauf zuletzt. Also da war er rechts. Ach komm, du räudiger Hundesohn. Was macht Niko? Niko bleibt erstmal stehen und guckt oder was? Niko ist erledigt, erledigt. Ich schwöre mal um 17 zu 11 ganz oben, wie man es kennt. Niko macht das, Niko macht das. Ne, der ist oben ins Gebäude rein. Ja, Niko kommt von hinten. Niko kommt nicht von hinten, Maid ist heuer tot. Der macht ja nichts. Niko macht das. Alter, die Niko regelt. Ein Gegner übrig. Pro bester Spiel der Welt. Nevermind. Oh. Niko, Nikos Meter. Woher wusste ich, dass das kommt? Woher wusste ich, dass das kommt? Ja, aber das ist er auch nicht. Man könnte mal ein Marquette nicht. Wirklich? Ich gehe auf jeden Fall jetzt nicht mehr mit. Das ist schick. Ich gehe jetzt auf BME. 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 Ich will nicht allein auf BME gehen, Alter. BME. 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 Du musst doch kurz für mich überleben. Ah. Also ich habe drei Leute gesehen. Also ich habe zwei gesehen. Ja, ne. Niko stimmt es. Niko regelt? Niko regelt. Unser Verträger wurde getötet. Gegner entdeckt. Ein Gegner übrig. Aufgericht. Ich habe den Spike aufgenommen. Niiiice, nice mates. Easy! Easy. Spar-Runde. Soll ich dir was kaufen? Wenn du kannst? Ich hab 2300. Nein, nein. Doch, was los? Nein, ich hab mir jetzt ne Phantom gekauft. Alles klar. Mal gucken, ob ich noch mal einen Show bin. Oh. 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 Feuer heiß, sagst du? Nee. Aber Kugeln im Kopf tun weh. Oh. Klappe zu. Affe tot. Nein, Mann. Bittig. Oh Mann, Cypher. Du bist so ein Popopiratensohn. Cypher regelt. Cypher ist los. Nein, Cypher ok. Und Cypher steht 6 zu 5. Ach Mann. Vor allem ist der Phoenix auch wieder mich pickt, als er es zum kotzen. Lauf Cypher, lauf. Ich hab' gefasst. Ich dachte, Cypher ist los. Ich glaub' das wird ne ganz schön lange Aufnahme. Ja. Aber 3,4 Stunden ist ja Nummer. Oh Mann. Ghost. Nice. B was. Äh, Aros. Warum kann man A, warum macht man A nach rechts und B nach links? Was sind denn die ähnlichen Fragen, die einem im Leben interessiert? Dreh dich um, dass du A links und B rechts. Nee. Doch. Nee. Bringt ihre Mauern zu fallen. Doch. Wer kommt unterwegs? Fie mit 8,9,6. Ah. Ich seh' jemanden. Trenn ihre Haken. Nein. Mann. Diese scheiß Brave Pattern geht mir teilweise echt auf den Sack, Alter. Was macht unser Maid denn da jetzt, Cypher? Nevermind. Einer kommt von hinten aus unserem Sporn durchgelaufen. Was? Ey, das meine ich nicht. Das weiß ich, weil ich das gerade eben durch links gesehen habe. Juhu. Schöpfe. Das weiß ich nicht. Schöpfe. Ja, es ist der Weg in der Seite. Oh Mann ey. Nice. Ich kann mich geben. Das ist der Weg für euch. Ich bin da so ein Kopf-und-Kopf-Ding, oder was? Äh, möglich. Oh Mann, lass doch. Aber da wir die ganze Zeit für die Führung haben, also immer um einen dann die nachrücken, werden wir gewinnen. Warte, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, sieben Runden, dann kann ich pinkeln. So, ich brauche euch. Der Fa... Jetzt hast du... Was halt? Oh Leute! Mach mir das denn gar nichts weiter. Ernsthaft? Was denn? Die haben jetzt ne... Es zeigt schon, denen hat die jetzt ne scheiß Warenting gesetzt. Ja. Ich bin da gerechnet. Ich bin da gerechnet. Scheide dahin, die Schatten bewegen sich. Ich heile dich. Sehr schön, okay. GD. Und links bar. Irgendwo. Ja, und einer war hinten rechts. Also beim... beim... beim Ding selber. So, beim Spike. Ja. 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 Ich habe ja schon mal... Ey, das war Wahnsinn. Was für liebe Mobbing. Auf Furti-Til für keine gute Entscheidung. Junge... Ja, was denn? Ja, nichts. Ja, du lass doch. Ja, GG, Digga. Was macht der Maid denn? Was macht der Phoenix denn? Ach ja, der Phoenix, das ist der Joten Maid, oder? Ne, das war Archie. Oh, Mann, oh Mann. Ja, ich hab's geblendet. Ein Gegner übrig. Los. Teleport ist schon da. Ja. Easy peasy. Gut, du hast die Waffe noch gesehen. Also, wenn du auf die Waffe schießt, macht der auch irgendwie Schaden. Ich hab nur irgendwie gefühlt, oder ich hab dir gleich Finger getroffen. Ist alles möglich. Theorien über Theorien. Find aber schön, wie Archie immer sich die Bombe und nicht mit deiner verstehen bleibt. Ja, weil Archie dann kauft. Ja. Weil er nicht weiß, dass man beim Kaufen laufen kann. So, ich mach direkt Blenden, wenn die hier kommen. Ja, dann geh ich hier Mitte, Tunnel Mitte. Oh Mann, was warst du denn? Oh Mann, was warst du denn? Warum kommt der Mädchen nicht mit, Digga, Niko? Ja, Niko, du bist Bullshit, Digga. Du bist aber nur Bullshit. Jawohl, Digga. Archie ist aber der beste Spiel der Welt. Komm schon, los. Hey, was machst du denn? Oh, ich hab die Kugel auf. Oh mein Gott. Was ist das? Ein Gegner übrig. Ah, Belastung. Und auch geht dort. Nice. WTF? Und bei DEN am Spawn. Ja. Und bei DEN am Spawn. Oh Mann, ey. Ja, wo kommt die Sofa denn? Der Sofa, ja. Wird mich jetzt nicht erinnern. Es Sofa. Das Sofa hat's geregelt. Das Sofa hat's geregelt. Das Sofa macht's. Noch eine Runde, dann kannst du Pipi. Jaaa. So, wenn ich die Folge. Spannend bist du Pipi. Jaaa, Mann. Ich werde witzig. Ich glaube, ich nenne die Folge. Hält Yannick jetzt noch aus, bis zum Ende. Jaaa. Ich hab grad erst mal geguckt, ob ich die Aufnahmen überhaupt laufen hab. Aber ja. Das wär Belastung. Das wär's nicht Belastung. Die Runde ist echt cool. T-Bang mit Nico. Nice. Voll romantisch. Aua. Nein, Mate. Oh, Alchi. Du Popopirat. Bum, Junge. Deine Mutti hat nen kleinen Lörriss. Nein! Es ist der Beste. Alchi. Was? Weiß der echt? RT Names missing. Äh, usa. Ja. Nein, 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 tu es nicht! Tu es nicht! Ich fäng die Tasten durcheinander. Was war so kacke? Schneller! Schneller! Niko! Stoß! Bendy ist Niko! Was? Bendy ist Niko, hab ich gesagt. Achso. Niko OP. Ah, nein, nein, ist OP. Scheiße. Niko, nice ist halt nicht umsonst beieinander, weißt du? Nein! Niko! Niko! Niko ist Meter! Ich streifte mal Best Mates GG hin. Ich streiche da meine. Niko! Cypher! Er verteidigt! Du musst angreifen! Nach 10 Sekunden! Du musst machen! Der ist halt voll scheiße, der checkt das nicht! Der check! Junge, das ist schon... Bei einer Sekunde brauchst du auch nicht mehr angreifen! Du Idiot! Oh man, weißt du, jetzt macht der Nubbel! Per mir in die Kopf! Der ist halt deutscher, weißt du? Keine Ahnung, das ist nicht was. Träges mein Liebster von mir. Äh, äh, der bin ich dabei. Mann! Schade, Punkt. Weil der Cypher ist deutsch. Der versteht man schade. Gut. Ähm. Nein! 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 Ha, Mama! Die kann auch nichts finden. Richtig. Nein, ich hole Niko jetzt wieder. Oh nein! Oh nein! Das verdient man hier von hinten. Wie nicht? Oh, und ich muss die da durchziehen. Das ist auch komplett. Bum, Junge! Du warst kein Fehler. Die Schatten. Du warst kein Fehler. Was? Neiiiiiiiin! Ah, mach auf bitte! 111, an Stage. Ausgeschaltet. Huuuuhu. Best Mates. Nice. Wo ist denn der jetzt? Weiß ich nicht, tu es einfach. ich bin richtig krass geil und mir ist auch okay bis zum nächsten Mal Oha